Es ist Sonntag, der 22. März 2020, mitten in der Corona-Krise. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie und euch diesmal nur im Netz am vierten Sonntag der Passionszeit, dem Sonntag Lettare. Eigentlich ein kleines Freudenfest sonst in der Passionszeit, aber in dieser Zeit irgendwie merkwürdig. Vielleicht ein kleiner Hinweis. Im Internet finden Sie uns. Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Duven steht auf Facebook unter eben jener Bezeichnung. Auf Instagram finden Sie uns unter Kantatekirche oder Kirchengemeinde Duvenstedt. Wir wollen versuchen, jede Woche zwei oder drei Videoclips aus der Gemeinde und mit gottesdienstlichem Charakter zu senden. Und wir singen jeden Abend um 19 Uhr zwei Liedstrophen vorm Pastorat und vorm Balkon. Aber das Wichtigste ist mir heute, wie geht es Ihnen? Sind Sie gesund? Sind Sie versorgt? Einige Konfirmandinnen und Konfirmanden haben sich bereit erklärt, einzukaufen. Rufen Sie uns an. Das Kirchenbüro ist besetzt und ich bin am Telefon erreichbar. Müssen Sie sich um Ihre Lieben sorgen. Haben Sie liebe Menschen, mit denen Sie wenigstens telefonieren können? Ich wünsche es Ihnen von Herzen. Das Kirchenbüro ist besetzt und ich bin am Telefon erreichbar. Wir beten gemeinsam Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Das Evangelium für den vierten Sonntag der Passionszeit steht bei Lukas im 22. Kapitel. Ich lese in einer neueren Übersetzung. Sie nahmen Jesus gefangen und schleppten ihn in das Haus des Oberpriesters. Und Petrus folgte von Ferne. Im Hof machten sie ein Feuer und setzten sich darum herum. Und Petrus setzte sich dazu. Eine Magd sah das und schaute Petrus genau an. Der war doch auch mit ihm zusammen. Aber Petrus lehnte das ab und sagte, ich kenne ihn nicht, Frau. Kurz darauf ein anderer. Du gehörst auch zu seinen Leuten. Nein, Mann, das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später bestätigte es ein weiterer. Wirklich, dieser gehört auch zu ihm. Es ist doch einer aus Galiläa. Mann, ich weiß nicht, was du da redest. Und in dem Moment krähte der Hahn. Da drehte sich der Herr um und sah Petrus an. Der erinnerte sich an dessen Worte, wie er von der dreimaligen Verleugnung vor dem Krähen des Hahnes geredet hatte. Und Petrus rannte hinaus und weinte bitterlich. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, das ist hier das Seltsamste, was ich je gemacht habe. Und wenn hier wenigstens acht bis zwölf Mitchristinnen und Mitchristen gesessen habe, ich war niemals allein. Was geht Ihnen durch den Kopf? Nimmt Ihnen die Angst die Luft zum Atmen? Wälzen Sie Sorgen hin und her oder schaffen Sie es zu Hause, Sinnvolles zu tun in der Hausgemeinschaft? Gelingt es Ihnen darüber hinaus, über Telefon oder das Netz Kontakt zu denen zu halten, die Sie nicht mehr treffen dürfen? Ich wünsche es Ihnen sehr. Nur eine Bitte habe ich. Verstehen Sie die staatlichen Anordnungen nicht als Beschränkung Ihrer Freiheit, sondern als notwendige Maßnahmen unserer demokratisch gewählten Regierungen zum Schutz der Bevölkerung. Zu Klopapier und Desinfektionsmitteln sage ich jetzt mal nichts. Ganz gleich, wie es uns zurzeit geht, wie wir drauf sind, ob uns alles egal ist, ob wir vor Grübeln vergehen, wir merken schmerzlich, wie verletzlich, wie gefährdet unser Leben, unsere Beziehungen, unsere Lebensart, unser Lebensstandard ist. Und was bedeutet das für meinen Glauben? Zerbröselt der gerade? Gott meint es doch gut mit uns, du musst nur beten, am Ende wird alles gut, mach dir nicht so einen Kopf. Solche Sprüche helfen mir zurzeit im Moment nicht. Was mir hilft, ist mitzuerleben, wie Petrus auf ganzer Linie versagt. Schmerzlich versagt. So sehr, dass Jesus voller Traurigkeit ist. Ich bin mit meiner Verletzlichkeit und meinem Scheitern nicht allein. Ich bin nicht der Einzige, der Angst hat. Und du musst es auch nicht sein. Und wenn dir etwas zustößt, du bist nicht verloren. Gott hebt dich auf. Und wenn du versagst, wenn du einen Fehler machst, Gott sieht dich trotzdem und verurteilt dich nicht. Das ist die Hoffnung, von der ich lebe, von der sie auch leben sollen. Haben sie keine Angst vorm Scheitern, aber seien sie nicht ignorant. Haben sie keine Angst vor Versagen, aber geben sie es auch zu, wenn es passiert ist. Petrus durfte trotzdem der Namenspatron der großen Kirche in Rom werden und in den volkstümlichen Gedanken der Träger des Schlüssels im Himmel. Unsere Verletzlichkeit, unsere Fehlbarkeit ist Bestandteil unserer Menschlichkeit. Und Gott nimmt sich dieser Verletzlichkeit und Fehlbarkeit an. Gott beseitigt das alles nicht. Es gehört zur Schöpfung und macht uns zu dem, was wir sind, auch wenn es weh tut. Aber Gott hält sich nicht raus. Das ist für mich die zentrale Botschaft. Gott ist einer von uns, wie wir. Für uns. Ostern wird wahrscheinlich in diesem Jahr 2020 etwas merkwürdig verlaufen. Aber die Botschaft soll nicht ungehört verhallen. In einer Zeit, in der niemand voraussagen kann, was wird, wünsche ich euch, dass ihr schöne Momente erlebt. Euch von der Angst nicht runtermachen lasst. Vernunft walten lasst. Nicht aufhört, mit Gott zu reden. Und zuversichtlich bleibt. Mögt ihr und eure Lieben behütet bleiben. Amen. Lasst uns beten. Großer Gott, wir tragen dir unsere Sorgen vor. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir sind ratlos. Viele von uns haben Angst. Wir bitten dich. Komm zu uns mit deinem guten Geist und tröste uns. Wir bitten dich für die Infizierten. Wenn es sein darf, lass sie gut verseucht werden. Schenke ihnen Genesung und neue Zeit in diesem Leben. Wir rufen zu dir. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die Toten und ihre Familien. Und tröste die Hinterbliebenen. Hilf ihnen, dass sie zurück in ein gutes Leben finden. Wir rufen zu dir. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle, die im Medizinbereich tätig sind und mit ihrer ganzen Kraft sich für ihre Mitmenschen einsetzen. Hilf, dass ihnen niemand Steine in den Weg legt, sondern dass sie unterstützt werden. Hilf, dass ihr Wirken Erfolg habe, dass sie Menschen retten können und dass sie nicht zusammenbrechen. Wir bitten dich für diejenigen, die an verantwortlicher Stelle zu entscheiden haben, stellvertretend für uns. Gib ihnen Weisheit und guten Geist, dass sie das Richtige bewirken und helfen, dass diese Krise überwunden werde. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Und alles, was wir dir persönlich vorbringen wollen, sagen wir dir, ein jedes für sich. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Lass uns zusammen weiterbeten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Für die Schlussmusik bedanken wir uns bei Helge Kattner. Und ich verabschiede mich für heute und wünsche euch in schwieriger Zeit alles, alles Gute. Jeden Tag wird's geschehen, dass Segen dir begegnet und du gehst angestärkt deinen Weg. Immer neu wird's geschehen, dass Liebe dir geschenkt wird, du spürst Lebenskraft deutlich in dir. Jeden Tag wird's geschehen, dass Abschied dich verändert und du gehst einen traurigen Weg. Immer neu wird's geschehen, dass Hoffnung auch neu verschwindet, du spürst Lebenskraft dennoch in dir. Du wirst sehen, du wirst spüren, Segen bleibt jeden Tag. Du wirst sehen, Segen bleibt immer da. Jeden Tag wird's geschehen, Natur wird dich begeistern und du kannst deinen Weg fröhlich gehen. Jeden Tag wird's geschehen, immer neu wird's geschehen, dass Freude in dir aufsteigt, du spürst Lebenskraft deutlich in dir. Du wirst sehen, du wirst spüren, Segen bleibt jeden Tag. Du wirst sehen, Segen bleibt immer da. Du wirst sehen, du wirst spüren, Segen bleibt jeden Tag Du wirst sehen, Segen bleibt immer da Jeden Tag wird's geschehen, dass auch mal etwas viel schlägt Und du gehst einen mühsamen Weg Immer neu kann's geschehen, dass Härte dich verbittert Und du spürst dennoch Lebenskraft in dir Jeden Tag du wirst sehen, du wirst spüren, Segen bleibt Du wirst sehen, Segen bleibt immer da Du wirst sehen, du wirst spüren, Segen bleibt jeden Tag Du wirst sehen, Segen bleibt immer da Jeden Tag wird's geschehen, Begegnung wird gelingen Und du gehst und erfüll deinen Weg Immer neu wird's geschehen, dass Glaube sich ereignet Du spürst Lebenskraft deutlich in dir Du wirst sehen, du wirst spüren, Segen bleibt jeden Tag Du wirst sehen, Segen bleibt immer da Du wirst sehen, du wirst spüren, Segen bleibt jeden Tag Du wirst sehen, Segen bleibt immer da Du wirst sehen, Segen pozituer, Segen bleibt jeden Tag Du wirst sehen, Segen bleibt jeden Tag Vielen Dank.